Hallo, ich heiße Tim Käfer und ich mache meine Ausbildung bei SILAV in der Rieden als Fachinformatiker für Systemintegration. IT habe ich gewählt, weil mich in der Schule die technischen Fächer schon immer sehr begeistert haben. Da war es mir schon klar, dass ich später irgendetwas in die Richtung machen möchte. Privat habe ich ziemlich viel mit PCs zu tun gehabt. Somit war die Ausbildung IT-Fachinformatiker die logische Wahl für mich. Eine Ausbildung gefällt mir am besten, dass sie so flexibel ist. Ich habe verschiedene Anwendungspunkte, die ich betreue. Darunter fällt zum Beispiel die Hardwarepflege, Laptops aufbauen und Rahmen erweitern und vieles mehr. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht weiter weiß, kann ich jederzeit zu meinem Ausbilder gehen und ihm meine Probleme schildern. Er nimmt sich immer Zeit für mich, egal ob er gerade im Stress ist oder nicht, und löst mit mir zusammen dann die Probleme. Die Ausbildung IT bei SILAV war für mich die richtige Wahl.